Was picken? Ich hab voll die Batting-Phase verpasst, äh, ich hab mir auch geschlafen, egal, Mario King wird gebannt, Ricky, es passt. Ich bin doch wieder auf die Bottom-Lade und spiel den guten, äh, was du letztes Mal hattest, war ganz lustig. Dein, dein, dein Ultra-Gefiedete. 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 Ja, man, ich will ja nur denken, ne? Harry, da war kein Tank, wie meinst du das? Ja, geht schon. Ja. Du sollst aufpassen, ne? Ja. Ah, die schönen Battle-Parsel sind jetzt weg. Das freut mich auch. Kann nicht ewig gehen. Ich muss. Ich muss. Ich will auf die Lenkung, ob da was spawnt. Spawnt überhaupt was am Anfang, ich weiß gar nicht. Mega. Pony Montana. Oh, der hat mir ein Wort gegeben, wie nid. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinplätzen soll. Aber was benutze ich denn im Notfall? Aber ich stelle den jetzt nicht standardmäßig irgendwo hin. Bananataiger. Ah, halt oben gestellt. Okay, gut, dann hätt ich mir den aufheben und Notfalls irgendwo placen, falls Not am Mann ist. Das ist ein Lied, wo es voll abgeht. Wenn du kämpfst, dann kommt irgendwie Bananataiger, Bananataiger. Was ist dein Support? Das Spiel auf alle Zähne. Hallo Schamanen. Adi. Ja. 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 Da haben die Invesen ja. 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 Ne, haben sie nicht. Ja. 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 Na. Wie der stack sogar Camps? Guter Support. Das ist was er tut. Aber ein bisschen früher hat er versucht zu stacken. Er pushte eher damit dann. Will er die Rune? Will er so? Lass ich sie nehmen, okay. Ich bin da in die falsche Richtung. Schauen wir mal die Regen Rune aus der... Was hab ich auf der Patch steht? Ich nehm es nicht an. Wo ist denn der? Was brauchten's bei euch unten, ja? Da ist ein Jungle bei euch. Da ist meine Schuhe. Ja noch kann ich aber nicht ganken. Gibt mal gar keinen Sinn. Ah man, Spong schnell ihr Scheiß-Camps. Check hier. Ich will dir nur helfen. Schuhe, der will dir bestimmt mal helfen. Schuhe, der will. Oh, ist kalt. Ich muss ins Fett dazu. Moment. Erstmal Plastiver weg dir. Und du fuhren mal in den AFK-Jungel. Und du fuhren mal in den AFK-Jungel. Nee, oder? Gehen lassen. Nein. Geh durch. Doch, ich würd kurz den Brunnen nehmen. Warte kurz. Ja, ich komm ja. Fuck, der da oben braucht Klicksack versorgt. Oh, dein Link-Kriegskampus soll ich denn Support unten gab. Ja, wieso hat mir mein... Hast du gerade das Schuss-Kubriereck geschnappt, du Arschloch? Hm. Hm. Vermutlich. Na, mach du mal alleine. Kann dir jetzt nicht helfen. Hast du noch eine Krühe gestohlen. Ja. Da war er nicht schon bei dir. Ich dachte, er wäre gerade wieder zurückgekommen. Nein. Mann, Anno. Oh, das ist auch manchmal Mann, Anno. Jo hell, Have Law. Fight, 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 Fight. Fight, Fight. Julian, Steel! Ich hab's gesteckt gekriegt, hab ich fast gesagt, aber das ist schlecht. Die sind da oben, ja. Ja, was machen die denn? Nein, 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 nein. Ich stell mir vor. Was hat er gerade gesagt? Oh fuck, Jungle bei uns, Jungle bei uns, Jungle bei uns, Jungle bei uns. Der Litch. Doch, hab ich. Was am Anfang ist, äh... Was, dass ich mit Level 6 meine Ultias Level 1 hab, meinst du? Hm. Erstes Level nur 4 Sekunden, dann 4,75 und dann 5,5. So wie der andere, der mit Level... Der mit Level 10 schon seine kompletten Talente hatte beide Seiten. Hecker. Hecker. Taxuar. Ich hab' da was. Ja, schon da her. Gibt's dir die richtige Ruhe? Oder kommen sie gerade alle? Ja. Oh, West. Neil. Steiner. Ja. Ja. Na, warte mal, die Campstries spawnen noch alle 2 Minuten, gell? Ja, da brauch ich ja nicht versuchen, dass ich das decken kann. Ich kann mich nicht wundern, mich wundern, ob sie funktioniert. Oh, da hat die Mana Pop auf mich gepoppt. Wie nett von ihm. Ja, man. Warum ist denn keiner am Top Tower? Boah. Da ist der Litch. Kann ich ihn ein bisschen herpullen, vielleicht? Nein, da sind noch her. Boah. Bagger. Der hätte ihn hierherpullen sollen. Ich kann nicht blinken. Ich kann nicht blinken. Ich kann nicht blinken. Skitter on. Creep and crawl. I must. Red King. Top Tower. Yes. It. 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 Oh, wenn das was, wheels Wallbrot halt. Woah. Ah. physically are just Neap. Forever. And down. So. The at least thats a little trick. fuck alter ja das ist an sich ja das ist 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 ja Ja, das war's. Fuck Weg, 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 weg Muss weg Na wie tief seid ihr denn da drin? Da seid ihr irgendwie wahnsinnig Das griege Greed Bolzen Dann habt ihr irgendwie... Pfff Braucht jemand? Braucht ihr? Ja I am compelled Creep and crawl Aber das Team ist gar nicht mal so schlecht Ist ok Yes Bord taugt was Die anderen kicken auch nicht ganz aber auf den Lanes Ja so bisschen Aber Äh Klar fickt es auch mir irgendwie nicht gebacken so richtig Bis grad Ja 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 Die ersten sind es sind es äh Ja 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 Warum sind wir gerade wieder gestorben? Robi, jetzt kurz auf mich gewartet. Ah. Mann. Ich dachte gerade, der hätte sich gekillt. Da. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Es ist eine sehr verletzte Weg zu gehen. Es ist ziemlich schade. Sie wissen, was ich versuchen zu erzählen? Ah, fass mich! Ah, ich sehe mehr von dem Pattern. Bitter Pattern. Bitter Pattern. Bitter Pattern. Bitter Pattern. Bitter Pattern. Oh, das ist der Litch. Oh, das ist der Patsch. Auseinander! Auseinander gehen nächstes Mal. Also zusammen rumstehen... Es hat doch gehört... Was? 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 Tot, 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 tot! Mann, äh. Hört mal doch! Warum? Ja, ja... Hat er das nicht? Aber warum man sich den scheiß Oga-Club zuerst geholt hat er für seinen Agam, ist mir irgendwie unverständlich Bitch Ich glaub der mehr Leben braucht Jaaaa Den Strengthen ist irgendwie nicht wert Ich höre die Intelligenz für mehr Damage Achso der Patch ist recht Garantiert Oh das Double Damage Ich muss holen Und dann kann man auch keiner ganken Hm? Komm aber nicht rüber, die trauen sich nicht die Wichser Naja hier sind alle weg schon jetzt Ja und der scheiß Ding ist unterm Fuck ey Spiels Harzen ey Ey fuck ist das Oh fuck ne 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 Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee Puck wer da hat geholt Erstmal gemisst Fuck, jetzt holt mal back in Back Halt mich so greedy Greed Bolzen Wer klappt mir denn mein Kurier? Was, der Otherworldi Fuck, ums echt allein Was es nicht ist, ist wahrscheinlich ein Ding ein Klon Der freut mich nicht allein hin Ja, der hat gewordet Alle da unten Na Es sind mir zu viele da unten Oh, das ist allein Nein Fuck We weren't finished Bei der Urenzone Ah, Robi Irgendwie wahnsinnig Oh, da kommt die Ult Oh, Thunder Ah Ah, genau Was dann, Leute Schlechte Plays hier Wer hat den denn hier hergeholt? Na, PA war's wahrscheinlich Good retard, Bitch Oh, da kommt jemand Oh, was macht der denn? Oh, Mann Keine Ahnung Keine Ahnung Fiege Putsch-Streads Wov' auf der Line Und der, der D-Vitade? So, das war ein Luper Ah, ich hab kein Mana für ein Ding Ich hab das wirklich versenkt Schwägerin Man, PA, ich brauch das Oh, boi Oh, die sind alle da Fuuuck Der Hulk Fehlt nach dem Ding ins Alter Der ist aber Am laufenden Band Wasch wäre fast totes der Wichser Uhhh, Sohn Er geht mit rauspushen Ich geh mit rauspushen Ich geh mit rauspushen Woh, da war right jemand So, da war right jemand Ist er noch geboardet wahrscheinlich Ah ne, er hat die geboardet Okay Hoff ich Ah Da, woher kommt wieder aboarden der Hurensohn Warte ich komm Ja, der wird nicht alleine sein Echt? Sehr gut Fuck, da oben kommt jemand Was? Ja, der will 19 Wollt ihr alle da bitte Der Bottom Tower ist unter attack Oh man, get up on out of here cause Radiant just fortified their Strucktowers under attack Inai Inai Dankeschön Oh Oh fuck, da sind alle Oh 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 Gott Gott sei dank bin ich grad nicht zugekommen und zu benutzen Die Ult hat mich totgefickt vom Lich Wenn der Patsch nervt Lich weggefickt Oh nein Oh nein Don't be Don't be really for me Was macht der die PR Der Dingens Da Silver Edge Ich weh Oh von Wo Ja Oh Wow Fuck das muss wieder stehen wird auch da rein zu gehen auf da rein zu gehen auf da rein zu gehen geht raus 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 was macht ihr denn jetzt könnt auch reingehen der tower push in tower push in tower push in tower push in tower die ultra trap machen die dämpfe auf der line hat dinge ich habe ordentlich geld gerade oh die ult oder was wieder oh alter wie ich gefisst hatte alter Da steht der Tower noch, der Tower steht ja echt noch Wer hat den scheiß Scan benutzt vorhin, hier facktartse Ja, ich würde es nicht mehr so Ja, ich würde es nicht mehr so Ja, ich würde es nicht mehr so Wir haben so viel Silence und Stunnels, ich hab eilig nervig, ja. Alter. Fuck, die sind alle da, pass auf. Oh fuck, der Hooker. Pass auf, der Patsch. Ist er ja. Was ist das? Ich würde PA, ja. Der Wraith King hat einen Hyper Stone. Cola hat er. Durch, oh der Wraith King hat sich grad, oh der Wraith King hat Double Damage. Achtung, der hat Double Damage. Patsch, Patsch um. Ah, fuck mir. Seid ihr denn alle verdammt nochmal. Alter, der scheiß Patsch, ey. Man, so viel Stun, ey. Alter, er hat sein Ding, ey. Er hat nicht auch in den Hergans, Skeptor und Frankbriefs, ey. Dann halt nicht. Ja. 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 Oh, ich hab gerade was cooles rausgefunden. Wenn du dich teleportierst mit einer Scroll, ja. Und in dem Moment, wo du dich schon teleportierst, die Scroll in deinen Rucksack ziehst und vom Rucksack ein Item. Ja. Der hätt zwar früher verraten können, ey. Das hab ich nicht ausprobiert. Aber jetzt halt für die scheiß Black King Bar, ey. Wiss ich was von dem fucking Magic Damage, der da immer ankommt. Oh, sorry, sorry, sorry. Gehen wir da oben an irgendjemand dran, Tobi? Ja, was kommt hier? Was rangehen? Fuck! Hat er seine und ich dachte, er hat seine und ich wollte nicht wissen. Ja. Ich fangst alleine. Kann man das jetzt auch weg mittlerweile, oder? Ja, wir sollten ein bisschen weg. Oh, das wird gut gemacht. Cut in, B. Okay. Ah, fass mich! Oh, schöner Verschoben. Wer hat mich für den scheiß Sentry ungenutzt? Ah, den scheiß. Oh, denie, denie. Oh, der klingt da wieder gefeuert ungewissigerweise aus Dummheit. Zack, das ist auch gefahren, nochmal. Fuck! Oh! 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 Oh, okay. Oh, yeah. Was ist das, Erwinne, Bich? Was hat der denn? Oh man, PA was dämlich. Post border. Oh fuck, die ultime. Oh, wie knapp. Oh Gott, wie knapp. Helf mir doch einmal, verdammt! Boah. Alter, viel zu knapp. Äh. Äh, ja, aber trotzdem. Ungeil, äh. Kommt jemand her? Nee. Was? Ob ich Rosch schon solonen kann? Ich glaub's nicht. Nee. So. Ja. Hast du Platz für... Ach du, du rufst Kategorie hoch, ne? Der sieht uns. Ja. 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 Es war um sich Yep. Und wenn sie schon witz. Was kommt her? Ja, meine Sokuras. Aus! Skitter, Skitter. Creep and Crawl. Was war da? Echt? Ich hab mich gar nicht gesehen, ja. Jetzt müssen alle im Ding aufpassen. Oh ja. Ah fuck. Mach hier keinen Damage damit, Skitter. Oh fuck, der Hook. Oh fuck, ich bin mitten drin. Oh, ich hab den Arsch gerettet. Ist ja sehr nett. Nice. Oh fuck, ooooh. Ja, voll. Hat der Refresher auch ab? Ja, spät. Saga. Alter Tobi. Oh danke. Über Tobias. Du darfst nicht Quill-Design jetzt. Oh fuck. Oh fuck. Oh das war knapp. Oh. 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 Ah ja, der hat, der hat Agarhin. Sollte durch jetzt zurückziehen eventuell. Ich bin der Wixfrosche. Ich bin der Wixfrosche. Das stimmt ja. Das stimmt ja. Ja, wenn du was reißen kannst, Bergsposchen kannst, wäre cool. Aber mach das Tier ja nix. Sonst ist das Tier nichts unnötig. Alter, der Hook. Schaff auf. Der Laser kommt gleich. Und der Hook. Nein. Nein. Du bist da unten wieder auferstanden. Hä, bist du davon runtergekommen? Ach, du kannst dich zurückdenken, ne? Na, wie arme ich, ey. Na, wie greif das ist. Wie greif. Ja, was? Nur 30, 40 Sekunden, ne? Doch, jetzt bin ich gehofft. Das ist doch anders. Oh, Mann, ey. Das ist so assi, ey. Ehrlich. Ne, wenn die Ultras Survivability hat. Ich brauch mehr Geld, ey. wir haben ja runter zu mir das so rege ist nicht wir sollten mal rauskurschen da habe ich gerade gesagt gerade eben gesagt aber Aua! Aaaaaaaah! Wurft it! Totally, totally worth it! Mega Creeps, alles Gute! Alles gut! Mega, mega Creeps Können wir uns erstmal zu Kinabahn haben! Warte Äh, ne Irgendwie not Der Shadow Shaman wird erstmal commended Oh mein Gott! Oh mein Gott! I just finished you fucking my rounds I am compelled Oh, they took out the enemy's middle tower! Oh, the enemy's middle tower is gone! Serves them right! Woah! He just unlocked! I'm gonna be freed Hey, ma finishen? Wie schaap den Scheiß Medusa noch draus fratzen They did it, I should say! They did it! The gradient people did it! Ja, war wirklich! Ich bin hochverkackt! Das rossen halt! Was wundert's dich? Was wundert's dich?! So, genug Dota! Was war jetzt mit Assassin's Creed Unity? Das war jetzt mit Steven! Geil